Harry Hurtig begrüßt Sie heute am 1. Juli 2017. Es ist 12.40 Uhr hier auf den Dünen zwischen Playa de Ingles und Maspalomas. Hier oben ein bisschen Wind, Sie hören es. Unten nichts davon zu spüren. 31 Grad. Keine Wolke, kaum Wellen. Auf diesem Weg grüßen wir natürlich wieder Deutschland, die mit dem Wetter im Moment nicht so gesegnet sind. Und ja, unseren Erwin in Leipzig, der hoffentlich nicht Land unter hat, wir wünschen ihm ein schönes Wochenende. Viele liebe Grüße hier aus seiner Wahlheimat Gran Canaria an unseren Erwin und natürlich Kalina, ganz klar die Frau an seiner Seite. Viele liebe Grüße. So, und mit diesen Bildern beabschieden wir uns und wünschen Ihnen ein stressfreies Wochenende. Bis morgen oder wann immer Sie zuschalten. Zuschauen! Zuschauen! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.